Okay, ich will dieses verdammte Projekt, dieses... ...diesen Tag zu Ende bringen. Ich will keinen Moment dieses Spiel mehr mit uns spielen, ganz ehrlich. Mir ist sogesagt die Lust vergangen an diesen Spielen. So, was haben wir mit dem zweiten? Der dritte ist... irgendwo in der Luft da hinten. Den hole ich mir jetzt auch. Und da oben ist eine Blume, keine Ahnung warum die da ist. Klasse gemacht, klasse! Weißt du was, Spiel? Ey, langsam! Langsam will ich gerne mal PC schrotten dafür. Weil es so eine Scheiße mit mir abzieht. Man braucht echt viel Geduld. Und ich bin nicht der Geduldigste, wenn es um Spiele geht. Um Jump for One, so gesagt. Wenn es ein RPG ist, habe ich schon sehr viel Geduld, weil... Wenn Geduld hat, das halt so aus. Am Level und alles. So, ich erreiche jetzt den Safemont da oben. So. Jetzt kommt das nächste fucking Problem. Der Geist da vorne. Klasse! Warte! Okay, ich hole den Geist jetzt mal da raus. Hey! Okay. Okay. So. So. Okay. So. 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 Oh, 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 oh! Ich habe einen 1-Spieler bin, den es eh gegeben hat. Ich frag mich gerade, wie ich das früher geschafft habe. Mario war so leicht. Dieses Spiel ist hingegen viel schwerer. Ich vermisse irgendwie Mario im Gegensatz zu diesem Spiel. Die Musik ist klasse, aber wer sagt, dass es leicht ist, den kann man nicht mehr helfen. Es ist zu schwer, dieses Spiel. Ein Fehler, ganz ehrlich, ein Fehler. Das ist ein verhindersvoller Fehler, der euch irgendwie richtig nach hinten katapultiert. Das ist ein verhindersvoller Fehler. Okay, jetzt fehlt mir noch ein fucking Teil. Da ist es ja schon. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Dieses fucking Game verarscht mich so dermaßen. Oh, Mann. Ich hatte alles. Ich war so kurz vorm Ziel, aber nein. Oh, nein. Egal. Fuck you. Eigentlich ist es schon 60 für drei Parts. Mann, oh Mann. Mann. Egal, bald ist wie so das Spiel vorbei. Mann, oh Mann. 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 Ganz ehrlich, das hätten wir irgendwie gleich irgendwie besser machen sollen. Oh, wie lang ich jetzt schon sitze. Ach, das da. Okay, das ist einigermaßen okay noch. Obwohl da sehr viel Rot ist. Sehr, sehr viel Rot. Ein kleines Mädchen in einem roten Gebiet. Hm. Und Feuer. Hm, SM. Ach. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Wenn jetzt gleich Stille nur kommt, das heißt nur, dass ich mich jetzt gerade konzentriere und jetzt keine Zeit dafür irgendwie zu kommentieren. Leute, ich glaube, ich bin sehr, sehr schlecht in diesen Spielen. Wenn ich mir das gerade so betrachte, bin ich sehr schlecht. Hingegen Gegensatz zu anderen... Hingegen Gegensatz zu anderen bin ich eigentlich sehr schlecht, wenn man sich das so betrachtet. Okay, wenigstens den Safeport erreicht. Wenigstens, ey, wenigstens ein Erfolg. Ich hab doch den A-Knopf gedrückt und missgeburt. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Hebert. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade geschafft habe, aber... Ich jetzt nur kurz vom Ziel irgendwie abkratze, dann... Gnade dir Gott, kleine Gianna. Kleine... Du erbster so doll in den Arsch gefängt. Okay, okay, okay Ach, das war dieser... Leute, tut mir leid, dass ihr dieses Kiff-Failer von mir sehen müsst Irgendwie rückt mich die Arme auf Und euch? Für die Leute, die sich dafür interessieren, für dieses Spiel Ich hab nicht so viel Resonanz dazu bekommen, also Also Feedback mal nicht jetzt Und ich versuche nicht auszuhassen Ich bin mal ein bisschen still jetzt Wieso sage ich das nur, wieso sage ich das nur, wenn es nicht klappt Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns im nächsten Part.